eigentlich sind die beiden noch scheiße aber es kann auch der unteren sein also müssen wir mal der ist immer ein bisschen tief da ist irgendwas scheiße ich hab mit dem plätzchen die ganze zeit probiert und es klang alles scheiße und dann hatte ich meinen kaffeelöffel da liegen ich denke so boah komm ich nehme den kaffeelöffel und dann so ein mörder geräusch ich denke so wie geil ist das denn we're listening yeah i wasn't trying to hide it from you das ist ein bläckes das ist die i told you she's a witch obey i told you now it is time to pray perfect come and find me enter the dark enter the dark enter the dark